Hey! Wir sind Loser und Loser haben ne Loser-Schulzeit. Ihre Studienreise führt zu einem wichtigen Ort europäischer Geschichte. In Prag könnte einige geheimsten Wünsche wahr werden. Wir schließen den Pakt. Wir fahren nach Prag und wir kommen erst wieder raus, wenn wir abgegangen sind wie noch nie zuvor. Ich brauch ein bisschen Geld. Wozu? Zum Party machen im Park. Wir wollen uns Drogen kaufen. Vielleicht auch einen Puff. Na, meines Wegen. Ich glaub mir ist schlecht. Boah, da liegt's voller Kotze. Hey Magnus, hast du deine Schwester eigentlich schon mal nackt gesehen? Ja. Oft. Deswegen heute Abend hab ich alles ausgecheckt. Es wird voll geil, Mann. Da gibt's ein kleines Problem. Ey, das ist voll nett von dir. Und dafür den Feuer-Kobold-Opfere kann ich um einen Punkt erhöhen. Warum setzen wir hier mit diesem Freak, wenn wir eigentlich draußen sein sollten? Ich hab Magnus nicht erreicht. Ich brauch mal ran, wie's läuft. Läuft toll. Magnus! Kommst du bitte wieder rein? Das haben wir einen Andromeda nie gesehen! Wow! Fuck! Weißt du, wir sind hier richtig? Marius ist weg! Oh, stopp! Ich hab meinen Bruder mit Alkohol abgefüllt, in eine Tittenbar geschleppt und jetzt in der Gewalt in einen Drogendealer. Also wie du das jetzt sagst, klingt irgendwie negativer als es ist. Was? Hast du Juli irgendwo gesehen? Das sind meine Freunde! Wir gehen nicht auf! Wir kämpfen immer weiter! Fuck! Ach krass! Wir gewinnen! Nur mal zurück! Wir kämpfen immer weiter! Bis zum nächsten Mal.